Es regnet Geld bei Rockstar. Die BIU hat jetzt die aktuellen deutschen Verkaufszahlen zu GTA 5 veröffentlicht. Cha-ching! In-Game-News Rockstar sahnt mächtig ab. Wie Take-Two vor einigen Tagen gemeldet hat, spielte Grand Theft Auto V in nur drei Tagen satte eine Milliarde Dollar ein. Genaue Zahlen zum aktuellen Stand wollen Take-Two und Rockstar allerdings noch für sich behalten. Für offene Kinnladen reichen aber auch die deutschen Verkaufszahlen völlig aus. Die wurden nämlich vom Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware herausgegeben. Und die können sich verdammt nochmal sehen lassen. GTA 5 hat sich hierzulande in einer Woche eine Million Mal verkauft. Für diese Leistung sackt das Spiel einen BIU Sales Award ein. Aber das war noch längst nicht alles in Sachen Lorbeeren-Einheimsen. Für 200.000 verkaufte Einheiten der Xbox 360 Version gibt es auch ein Award. Eine weitere Auszeichnung gibt es außerdem für 500.000 verkaufte Exemplare der PS3-Fassung. Euch hat das Video gefallen? Dann hinterlasst auch euer Feedback in Form von Kommentaren und unterstützt uns mit einem gestreckten Daumen. Wer mehr von uns sehen möchte, gelangt mit einem Klick auf das große Video auf unseren Hauptchannel. Die beiden kleinen Videos führen euch zu weiteren aktuellen News der Gaming-Welt. Wir wünschen euch viel Spaß!